Hallo und herzlich willkommen bei Deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für Dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Mein Name ist Katja Demming, ich bin Personal Life Coach und Mentorin für innere Stärke und ich freue mich, dass Du auch heute wieder eingeschaltet hast, denn auch heute wird es wieder um Deine Beziehungen zu narzisstischen Persönlichkeiten, heute insbesondere um den narzisstischen Vater gehen. Das typische Gefühl, das ein narzisstischer Vater in Dir hinterlässt, ist, Du bist nicht gut genug, Du reichst nicht, Du musst noch mehr bringen und ja, ständig fängt dieser Mann an, Dich zu kritisieren. Alles, was Du tust, ist nicht richtig, ist falsch. Er vergleicht Dich ständig mit anderen, die vielleicht besser sind oder vielleicht mehr können oder vielleicht mehr erreichen als Du. Manchmal geht der narzisstische Vater, insbesondere mit seinen Söhnen, sogar eins zu eins in den Wettbewerb. Das heißt, er versucht, sich immer zu vergleichen und sich natürlich seinem Sohn gegenüber zu behaupten und der Sohn verliert da sehr, sehr oft. Aufmerksamkeit bekommst Du von einem narzisstischen Vater nur über Leistung. Also, wenn er sich überhaupt mal die Mühe macht oder die Zeit dafür nimmt, von seiner Grandiosität abzusehen, dann höchstens, wenn Du ihm Deine Grandiosität zeigen kannst. Aber nicht, weil er denkt, Du bist ein toller Mensch und Du hast viel erreicht, sondern er sieht es gleich wieder als Verdienst seiner selbst an, dass er aus seinem Kind sowas Wundervolles gemacht hat und dass die Grandiosität, die jetzt nach außen hin sich zeigt über sein Kind natürlich nur durch ihn entstanden ist und ihm zu verdanken ist. Lieferst Du gute Leistungen, sagt er Dir, was Du vielleicht aber auch noch besser hättest machen können oder, wie eben schon gesagt, wer noch besser war als Du. Häufig zum Beispiel sind das Väter, die am Rande einer Sportveranstaltung, sei es Fußball, Handball, Basketball sein, stehen und Du gehst nachher mit denen aus der Halle und dann sagt der Papa zu Dir, hast Du den und den Jungen oder das und das Mädchen gesehen? Die sind ja super. Selbst wenn Dein Spiel oder Deine Leistung an diesem Tag so gut war, wird Dein Vater immer noch mal einen draufsetzen und sagen, der war noch so viel besser als Du. Und wieder hinterlässt es dieses Gefühl, nicht genügt zu haben, nicht gut genug gewesen zu sein bei Dir. Dieses hat zur Folge, dass Du so eine innerliche Leere spürst. Du merkst, dass Du eben nie reichst, dass Du immer irgendwie falsch bist. Außerdem hat Dein narzisstischer Vater nie Zeit für Dich. Er ist viel zu sehr mit seiner eigenen Person beschäftigt. Er ist damit beschäftigt, sich darzustellen, erfolgreich zu sein, bewundert zu werden und eben allen Leuten zu zeigen, was er für ein toller Mann ist. Und selbst beim ersten Erscheinungsbild erscheint er charismatisch, freundlich, zugewandt. Er interessiert sich für sein Gegenüber, aber all das nur oberflächlich. Sollte das Gespräch ein bisschen tiefer gehen oder sollte sein Gegenüber viel zu viel von sich sprechen, beendet der narzisstische Vater sofort das Gespräch und kommt dann wieder auf Themen zurück, wo er glänzen kann. Und egal, was Du auch tust, der narzisstische Vater weiß immer alles besser, weil Du kannst ja nichts, Du weißt ja nichts und Du bist nie gut genug. Und Papa muss sich immer behaupten Dir gegenüber und deswegen wertet er Dich auch ab, macht Dich klein und macht Dich schlecht. Interessiert er sich eben für Dich dann halt nur, weil er damit wieder glänzen kann. Häufig ist es so, dass Papa nach außen hin sich sehr, sehr gut um Dich kümmert, wenn andere Menschen dabei sind. Vielleicht fährt er Dich zu irgendwelchen Sportveranstaltungen. Vielleicht lädt er Dich immer zu irgendwelchen Festen ein, wo er zeigen kann, wie, was für ein toller Vater er ist und vielleicht protzen kann, was Du für gute Noten mit nach Hause bringst oder für ein erfolgreicher Sportler bist oder was Du Tolles studierst. Aber in Wirklichkeit hinter verschlossener Tür und zu Hause interessiert ihn überhaupt nicht, was Du tust. Schon in Deiner frühen Kindheit glänzt er mit Abwesenheit. Er ist viel zu viel damit beschäftigt, irgendwelche Ämter und Posten oder sonstige Stellungen anzunehmen, wo er sich ständig wieder beweihräuchern lassen kann, wo er Erfolg hat, wo er glänzen kann, wo die Menschen sagen, Mensch, gut, dass es Dich gibt. Was zu Hause passiert, interessiert ihn nicht. Was Dich bedrückt hat an einem Schultag oder was die Frau bedrückt am Leben oder was sonst in der Familie läuft, interessiert ihn nicht. Das lässt er einfach fallen, dafür hat er keine Zeit. Und wenn dieses Problem angesprochen wird, dann hört er oberflächlich zu, beendet es mit irgendeiner Floskel, aber wird sich nie länger damit auseinandersetzen. Der narzisstische Vater ist megamäßig schnell kränkbar, sehr schnell beleidigt und lässt Ablehnung von einer Person natürlich nicht zu. Wenn Du nun als Kind glaubst, vielleicht ihm mal zu spiegeln oder ihm etwas sagen zu müssen, was Dir nicht passt, dann ist es so, dass der narzisstische Vater entweder wütend ist, aufbraust und sogar Aggression zeigt oder es kann auch sein, dass er Dich da überhaupt nicht ernst nimmt und das alles abspielt, Dich abwertet und sagt, ja, was fantasierst Du Dir denn da zusammen und Du hast gar keine Ahnung und was wirfst Du mir da vor, das stimmt doch alles gar nicht. Oder womöglich kommen noch so Sätze, sei mal bloß froh, dass Du mich zum Vater hast, weil es gibt andere Kinder, die haben viel, viel schlimmere Väter, sei mal dankbar und mit mir hast Du es richtig, richtig gut. Aber eines kann ich Dir sagen, erhoffe Dir nie, dass Dein Vater Dich versteht, egal was Du versuchst, ihm zu erklären, denn das kann er nicht, das schafft er nicht und er kann sich mit seinen Fehlern und Unzulänglichkeiten einfach nicht auseinandersetzen, denn dann müsste er sich von seinem grandiosen Denken über seine Person verabschieden oder zumindest sich damit auseinandersetzen und darauf hat er überhaupt keine Lust. Dadurch, dass Dein Vater Dich so oft kritisiert und Deine Gefühle nicht versteht und sich auch nicht in Dich hineinsetzen kann, ist es so, dass Du irgendwie misstrauisch Dir selber gegenüber wirst, da Daddy Dir immer wieder spiegelt, das, was Du gerade fühlst, das, was Du Dir gerade wünschst und das, was Du gerne hättest, ist falsch, weil Daddy kann nicht nachvollziehen, dass das für Dich gerade wichtig ist oder dass das richtig ist und dass Deine Gefühle stimmen. Also wirst Du quasi vom Vater immer wieder signalisiert bekommen, das ist nicht richtig und Du verlierst dann immer mehr das Vertrauen und die Bindung zu Deinen eigenen Gefühlen und zu Deinen eigenen Empfindungen und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn Du dann irgendwann mal anfangen willst, selbst irgendwelche Bedürfnisse zu entwickeln oder traust Dir natürlich auch nicht mehr über den Weg in anderen Beziehungen, weil Du dann immer nicht weißt, dass das, was Du fühlst, ist das richtig, ja oder nein und vielleicht fängst Du sogar an, Dich vor Gefühlen zu schützen und lässt sie gar nicht mehr zu. Papa ist jemand, der geht über Leichen, nur um seine Ziele und Bedürfnisse zu erreichen und ist höchst manipulativ unterwegs. Notfalls sogar gegen seine eigenen Kinder, wenn er das Gefühl hat, dass sie ihn überholen, ihn nicht schätzen oder ihm sonst irgendwie im Wege stehen. Unterstützung kannst Du vom Papa eigentlich nur bekommen, wenn er selber etwas davon hat. Wie gesagt, er glänzt gerne und unterstützt Dich in der Öffentlichkeit, aber nur, weil er dann was davon hat und weil andere Leute sehen, was er für ein toller Mensch ist. Für die Unterstützung zu Hause ist dann Mama zuständig und die kann sich darum kümmern, dass die Hausaufgaben laufen, dass Du quasi, ja, in der Schule oder im Sportverein sonstige Unterstützung bekommst. Alles, was Du brauchst, was eben nicht in die Welt repräsentiert wird, wird er nicht machen. Dort wird er Dich nicht mehr unterstützen. Mit Gefühl und Empathie kennt er nicht. Ihm ist es ganz egal, wie es Dir geht. Also Hauptsache, ihm geht's gut. Das ist das Einzige, was ihn interessiert. Als Kind vom narzisstischen Vater fühlst Du Dich nicht gesehen. Du fühlst Dich wertlos, unwichtig und falsch. Dein Vater hat kein Interesse an Dir, also ziehst Du den Rückschluss daraus, dass Du nichts Besonderes bist. Und so entwickelt sich ein ganz, ganz kleines Selbstwertgefühl. Dieses Gefühl, immer nicht gut genug zu sein, unwichtig zu sein, uninteressant zu sein, entwickelt natürlich eine Leere und eine Unzufriedenheit in Dir und ständig dieser Struggle darum zu kämpfen, doch noch gesehen zu werden, doch noch eine Anerkennung zu bekommen, doch noch akzeptiert zu werden, so wie Du bist von Papa, doch noch so eine Annahme oder halt gesehen werden vom Papa zu bekommen. Du versuchst Aufmerksamkeit Dir immer wieder zu holen und das meistens darüber, indem Du leistest, weil Papa liebt es, wenn gute Leistungen gezeigt werden, weil damit kann er wieder glänzen. Das bedeutet als Umkehrschluss für Dich und Dein Leben, dass Du vielleicht später sehr, sehr, sehr viel leistest, vielleicht sehr ehrgeizig bist, sogar super große, gute große Posten bekommst und wirklich tagtäglich Deine Höchstleistung abgibst. Aber was auch durchaus passieren kann, ist, dass Du halt dann so auch in einem Burnout landest, weil Du eben nicht mehr auf Deine Bedürfnisse, die Du brauchst, zu Deinem eigenen Wohle zurückgreifen kannst, weil Du den Kontakt zu denen verloren hast, weil Papa Dir immer gesagt hat, dass die nicht sein dürfen und nicht richtig sind und falsch sind. Und so übergehst Du Dich immer wieder selber, sodass Du dann tatsächlich Dich so lange leistest und gibst bis zur Erschöpfung. Bei Mädchen ist es eher so, auch die Leistung, aber auch die Schönheit, also Papas Prinzessin zu sein, weil man eben so schön ist und so süß ist. Das versuchen häufig die Töchter, um in Papas Gunst zu kommen. Und auch später verlässt sie dieses Gefühl nicht, dass sie immer sagen, ich muss perfekt aussehen, ich muss schön aus dem Haus gehen, bei mir muss es immer super ordentlich zu Hause sein. Ich darf mich nicht angreifbar machen, um irgendwie dann zu verstehen und zu hoffen, dass Papa mir dann endlich sagt, dass er mich lieb hat, dass er mich annimmt, so wie ich bin und dass ich richtig bin, so wie ich bin. Du passt Dich immer mehr an, Du unterwirfst Dich vielleicht, eben auch, weil Du es dann einfacher hast mit Papa. Ganz häufig schleppen wir eben diese Altlasten mit in unsere Beziehungen und suchen uns dann auch wieder Menschen, wo wir uns unterwerfen und anpassen können, wo wir wirklich wieder keine eigenen Gefühle und Bedürfnisse ja quasi aufkommen lassen müssen, weil jemand anders über uns bestimmt und uns sagt, was gewünscht ist und wo es lang gehen soll und ja, wo wir einfach keine eigene Person entwickeln können. Und ja, was kannst Du tun, wenn Du jetzt hier merkst, eigentlich finde ich mich darin wieder, was ich hier erzähle, Du findest Deinen Vater vielleicht wieder. Und als Tipp ist es ähnlich natürlich auch wie bei narzisstischen Müttern auch. Akzeptiere zunächst mal Deinen narzisstischen Vater so, wie er ist, ja. Und vergebe ihm, dass Du in Deinem Leben nicht das von einem Vater bekommen hast, was er Dir hätte geben müssen. Häufig ist es so, dass er es gar nicht kann, weil er es selber nicht gelernt hat und weil es nicht in ihm ist. Und deshalb geht es hier auch noch mal kurz darum, nicht anzuklagen, sondern zu verstehen. Nimm Abstand. Ganz häufig ist es wirklich wichtig, dass Du Dich von Deinem Vater oder von Deiner narzisstischen Mutter distanzierst. Weil wenn Du ständig wieder in diese alte, konditionierte Mühle reinkommst von Verhaltensmustern, dann bietet sich kein Raum, wo Du Dich verändern kannst. Dann gibt es keinen Raum, wo Du in Deine innere Stärke kommen kannst, wo Du Selbstliebe entwickeln kannst, wo Du bei Dir ankommen kannst, wo Du erstmal wieder ein Gefühl für Deine Bedürfnisse bekommen kannst. Und hier ist es deshalb wichtig, wenn Du wachsen willst, wenn Du Veränderungen willst, wenn Du in eine innere Stärke kommen willst, dann versuche so wenig Kontakt wie möglich eben mit Deinem Vater oder Deinen Eltern oder Deiner Mutter aufzunehmen. Und vor allem höre auf, Dich zu verurteilen, dass Du eben so geworden bist, wie Du geworden bist. Weil Du bist letztendlich ein Opfer Deiner Erziehung und das ist eine traurige Sache. Du hättest etwas ganz anderes gebraucht, das hast Du nicht bekommen und von daher schenke Dir einfach selbst Mitgefühl auch. Ja, sei traurig darüber, was Dir widerfahren ist. Und wenn Du Dich dann getröstet hast, dann kümmere Dich um Deine Verletzungen. Hol Dir Hilfe und Unterstützung hier in Form von Coachings oder in Gruppenabenden oder in Gruppen, wo mehrere Narzissten oder Opfer von Narzissten zusammenkommen. Und hol Dir da Hilfe und Unterstützung, denn so etwas kann man heilen. Ich kann aus meiner eigenen Geschichte sagen, ich hatte auch einen Vater, der viele narzisstische Anteile in sich getragen hat. Und daraufhin habe ich mir auch immer Männer gesucht, die eben mich auch nicht gesehen haben, nicht gewertschätzt haben, die andere wichtiger und besser fanden als mich, für die ich uninteressant war, wo ich mich immer unterordnen und anpassen konnte und ja immer irgendwie gedacht habe, ich bin nicht gut und ich bin nicht richtig. Und als ich verstanden habe, was da in meiner Kindheit abgelaufen ist und wie ich dieses Problem in meine Beziehungen zu meinen ehemaligen Freunden und Partnern übernommen habe und als ich verstanden habe, oh, das kann man durchbrechen, habe ich angefangen wieder zu schauen, was brauche ich, welche Bedürfnisse habe ich, wie fühle ich mich. Also ich habe wieder einen Zugang zu meinen Gefühlen, zu meinem Bauch, zu meinem eigenen Selbstvertrauen gefunden. Ich habe mich geheilt quasi. Das ist kein Prozess, der von heute auf morgen mal eben schnell mit einem Knöpfchen umgeschaltet wird, sondern das ist ein langer Prozess, wo man üben darf, wo man nicht immer wieder mal in die gleichen alten Muster und Strukturen zurückfällt, aber ich mich immer wieder daran erinnert habe, was brauche ich jetzt, wie darf ich in Zukunft denken und wie kann ich für mich gut sorgen und wie kann ich mich lieben lernen und wie kann ich das Ganze heilen und ich habe damals unendlich viele Gespräche mit meinem Vater geführt. Meine Mama ist schon, ja, lass mich kurz überlegen, jetzt 15 Jahre verstorben und ich habe ungefähr vor zehn Jahren angefangen, meine Geschichte aufzuarbeiten und deswegen habe ich mit meiner Mutter nicht mehr reden können, aber mit meinem Vater habe ich viele, viele, viele Gespräche geführt und es war echt spannend zu sehen, weil er, ihm war vieles gar nicht bewusst und es hat ihm auch leid getan, also er konnte noch so viele gesunde Anteile, dass er sich dafür entschuldigen konnte und es auch traurig fand. Dennoch verfällt er auch immer wieder in seine Muster, nur ich verstehe jetzt warum und dass er eben auch nicht die Chance hatte, es besser beigebracht bekommen zu haben und es dann einfach auch überträgt auf mich und transportiert und wenn heute wieder so seine typischen narzisstischen Züge an den Tag kommen, dann weiß ich Bescheid, dann sehe ich sie und dann grenze ich mich ab und dann nehme ich mir meinen Raum und ja, ich muss ihm halt auch heute nicht mehr gefallen, sondern kann einfach so leben, wie ich das will und wie ich das möchte und wie es meinen Werten entspricht und mir selbst entspricht und ja, diesen Weg, den kannst du auch machen. Du kannst auch anfangen, deine Verletzungen zu heilen und ein ganz guter Start ist wirklich mit der inneren Kindarbeit auch loszulegen, weil wie Narzissmus funktioniert, das erkläre ich ja sehr viel jetzt so in diesem Podcast auch immer wieder und aber innere Kindarbeit ist etwas, was wirklich Auge in Auge funktionieren darf und wenn du dich dafür interessierst, komm gerne am 3. September um 19.30 Uhr ins Technologie- und Innovationszentrum nach Gießen, da werde ich einen Abend zum inneren Kind gestalten. Das ist nicht nur ein reiner Vortrag, wir werden auch Übungen machen, wir werden Meditation machen, du wirst dich selber reflektieren können. Das ist so ein erster Ansatz, um überhaupt mit deinem inneren Kind mal in Kontakt zu kommen und wenn du dann noch Lust hast, da ein bisschen tiefer reinzugehen oder vielleicht am 3. September nicht kannst, dann komm gerne mit mir nach Kassel am 26. und 27. Oktober. Dort machen wir das in einer kleinen Gruppe, gehen wir achtsam mit dem inneren Kind um und werden auch dort viele Übungen und Coaching-Tools und Meditation und Yoga und Achtsamkeit und Heilung des inneren Kindes durchführen. Also ich freue mich da riesig drauf, es ist eine schöne Gruppe, es haben sich schon tolle Frauen angemeldet. Wenn noch jemand Lust hat und dazu kommen möchte, meldet euch gerne bei mir, schreibt mir einfach eine E-Mail an info.atkatjademing.com oder schickt mir irgendeine WhatsApp, je nachdem was du von mir hast oder guck bei Eventbrite, da findest du unter meinem Namen alle Events, die ich noch anbiete dieses Jahr und da kannst du dir auch gerne noch weitere Informationen holen oder ein Ticket. Alle Links, die du dazu brauchst, packe ich natürlich gerne in die Shownotes, weil ich wünsche mir so sehr, dass du glücklich bist, dass du das Leben verstehst, dass du deine Muster erkennst und auch die Muster deiner Mitmenschen, zumal wenn sie toxisch sind, ja, verstehst und dich davon befreien lernst, heilst und in den Frieden kommst, weil ich möchte so sehr, dass es dir gut geht. Also sorge für dich, alles Liebe, deine Katja. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020